Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, am Mikrofon begrüßt Sie recht herzlich Gerhard Müller. Ich habe jetzt eine CD veröffentlicht und es dürfte jetzt überall im Fachhandel erhältlich sein. Zumindest ist es bestellbar und neben all den Liedern, die hier drauf eben nicht fehlen dürfen, sind auch noch all die Lieder drauf, die mir persönlich am besten gefallen, wobei ja das eine nicht das andere ausschließen muss. Ja, Gerhard Müller, das Beste, ab sofort überall im Fachhandel erhältlich. Ach so und so sieht es in einem Trend aus.